ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Was geht, Freunde? Siebter Spieltag, VfL Bochum, FC Köln. Es geht wirklich um die Wurst. Heute ist wirklich alles oder nichts. Deswegen abonniert den Kanal, lasst ein Like da und viel Spaß beim Video. So Freunde, ich bin tatsächlich am Zittler. Für mich ist es ein entscheidendes Spiel. Deswegen, ich drücke dem Pumper die Daumen. Meinten, wie gesagt, 2-0. Ich habe Verlierer an denen niemals die Hosen abgeben. Immer weiter, immer weiter. 1-0. Fans sind heiß. Die sind auf jeden Fall da. Geile Stimmung hier. Kommt Jungs, kämpfen und siegen. Schaut euch mal an, was hier los ist. Die gehen ab. Start, Start! Ja! So, wie immer, nehmen wir den Anschluss mit. Auf geht's! Los, kommt Jungs! Keine Angst! Alles geht! Für den Verein, für die Fans! Wir sind so schnell aus. Wir sind so schnell aus! Wir sind so schnell aus. Oh, gut! Aufpassen! Kommt Jungs, bitte! Kein Standard wieder. Oh! Mann, Mann, Mann! Immer so gefährlich! Oh! Bitte, bitte! Ja! 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 Rechtsklag. Wichtig! Wichtig! Ja! Sein Espaar! 10-9! 8 Minuten! Landslaut! Alle Junten! 4-0! 1-0! Tor für unser Tor, ey! Der Spichard von Köln, 1-0 durch ein Eintor! Abseits, ey! Der Spichard von Köln Kein Fehler, bitte! Mann, Mann, Mann! Bitte nicht, ey! Oh, wow! Tor, Junge! Tor, Junge! Tor, Junge! Tor, Junge! Die werden über den Stopp, über den Stopp, dann wird es wichtig. Lucia, Mann! Halbzeit, 1-0. Startespiel, Startespiel. Sieht gut aus, bitte. Aber weiter, immer weiter. So, die zweite Halbzeit geht los. Immer weiter, weiter, weiter! Schade, schade, schade! So, 52. Jetzt haben wir vor zwei Minuten. Oh, und da! Oh, gefährlich! Geil, aber! Schöne Spiele! Achtundfünftige Person ist schon! Wie geht es? 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 Ganz stark! Ganz stark! Ich fand den Krieg gesehen, ganz ehrlich. Wie wird er? Riwa, riwa, riwa! Ey, ey, ey! Ey, 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 ey! Doch nicht. Ein Krieg? Rüber, rüber, rüber! Rieman! Wieder Rieman! Ohne Scheiße, aber man darf gegen Rieman nichts sagen. Geh, 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 geh! Ohne Scheiße! Ohne Scheiße! Ohne Scheiße! Sieben, alles ist nur eins. Ich glaube, ich glaube, es ist alles gut. Rieman! 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 Einmal, ein, ein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Vielen Dank.